Da ist er, der Kaffee. Und jetzt kann es dann auch wirklich losgehen. Noch mal ganz kurz, falls ihr es vorhin vielleicht nicht verstanden habt. Mein Name ist Clemens Feigl. Ich bin 31 Jahre alt und seit mittlerweile 6 Jahren als freiberuflicher Moderator unterwegs. Ein hohes Glückwunsch, herzlich willkommen zur International Journalist für die Tour 2018! Das war Martin! Das hat sich verändert. Ihr habt auch viele Reise, die Expeditionen zusammen gemacht. Wie ist es, mit Lilir? Es war... Es war spannend. Es war viel Spaß. Das war die Niveau. Es war sehr hart. 30 Meter hoch, 550.000 Tonnen schwer und 70 bis 80 Stundenkilometer schnell. Das sind Zahlen, die machen Big Wave Surfer wirklich. Und wir sind heute an einem Ort, wo Big Wave Surfen gelebt wird. Die erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, war es einfach so, wo ist der Kaffee? Ich meine, du siehst die Mountain. Wie wusstest du, wo zu gehen? Was ist das Auto? Well, from looking at the maps, we kind of had this idea that very far over left and so but all the way in the back, that's gonna be the summit somewhere. Jetzt ist es natürlich so, dass das Thema Auto nicht nur lustige Seiten hat. Es gibt auch sehr erschreckende Zahlen zum Thema Auto. Jährlich sterben allein 7.000 Menschen nur durch Abgaseforschern zufolge. Dazu kommen natürlich noch die Verkehrstoten. Und trotzdem steigt die Zahl der Autozulassungen in Deutschland. Herr May, ist das alles noch sinnvoll zu begründen? Und wir wollten mit der Plattform ein System bauen, das quasi als Kanal diese 5 bis 25 Meter tief geht, das Wasser beruhigt, die Strömung beruhigt. Und da Plastik leichter ist als Wasser, steigt das Plastik auf und wir können es oben abschöpfen. Und wir rechnen kurz zusammen, wer das Quiz für sich entschieden hat. Es ist der Elvis und der Bene. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt gestern ein sehr gutes Ergebnis noch eingefahren gegen Herrn Wien. Du hast selber zwei Tore gemacht. Hilft so ein Spiel auch in Sachen Selbstbewusstsein? Absolut. Ich weiß nicht wann der letzte Sieg war. Egal ob es jetzt ein Testspiel ist oder ein Punktspiel. Dann haben wir noch einen ehemaligen Weltmeister mit dabei. Mittlerweile ihren Hintergrund tätig bei der E-Sports Reputation als Direktor E-Sport. Bitte mal einen riesen Applaus für Joshua B. Wir sind jetzt hier beim Cosmos Direkt Campus Cup in Göttingen. Letzter Tag. Schaut euch mal um. So sieht es aus. Hier wird FIFA gespielt. So und ihr habt ihn gerade schon erkannt. Cihan, der deutsche Meister von 2017 ist mit am Start. Cihan, was wird man heute erwarten? Das war es auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt im wunderschönen München hier in die Sonne und ich würde mich natürlich sehr freuen von euch zu hören.